Herzlich willkommen im wunderschönen, tief verschneiten Obertauern. Wir stehen hier direkt vor dem wunderschönen Vier-Sterne-Hotel Steiner auf der anderen Seite im Gelb, haben nur die Straße überquert und können jetzt direkt auf die Piste und die Thornrunde einstellen. Ich zeige euch jetzt das Zimmer 108 im Hotel Steiner, ganz neu renoviert, erst im April 2015 fertig geworden, mit ganz viel naturbelassenem Holz an den Schränken, sorgt für ganz tolles Raumklima. Man geht direkt in den Raum rein, hier ist noch ein weiterer Schrank, viel Platz um etwas abzustellen, kleiner Schreibtisch und dann eben der Hauptteil des Raumes, das große Bett und der Ausblick in die Berge. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020